Meine lieben Mann hier am Start, hier neues Röntgen, fett Banker, wir gucken mal, hoffentlich geht hier was klar. Oh, okay. Ja, für alle, die wissen wollen, wo ich hier online am Peitschen bin, Leute, geht unter in die Kommentare. Das erste Kommentar, seht ihr den Link zur WhatsApp-Gruppe, da kriegt ihr jeden Tag alle Infos, wo ich am Zocken bin, oder ihr könnt mich auch da privat anschreiben, weil ihr selber könnt da nicht reinschreiben in der Gruppe, aber einfach reinkommen und wie gesagt, alle Infos kommen. Oder wie gesagt, wer auch keinen Bock hat zu warten, kann mich natürlich auch direkt privat anschreiben, kein Thema. So, und jetzt wollen wir auf 100T-Wort kommen mit Mal 8. Gut. Jetzt fängt mir schon wieder alles zu gut an hier. Jetzt bleibt ja bestimmt hinten 10, 8, 9 Spiele stehen. Gebt doch vorne ein, Wild, damit er wenigstens ein bisschen bezahlt. Wenn wir die Zone überstehen würden, mit dem Mal 8, das wäre mega. Guck mal, der bezahlt schon, ey. Das wäre echt knaller, wenn wir in die nächste Zone kommen würden. Boah. Jetzt wird es auf jeden Fall noch mal spannend, meine Lieben. Komm, jetzt gönn. Komm doch, Alter. Nein, Mann. Scheiße, ey. Ja, trotzdem knaller bezahlt. Na, guck mal. 7,85 für den ersten Kauf, aber... Ja, wenn man immer noch mal guckt, so, ne. Deswegen immer dieses Aber, was der für ein Potenzial hätte, wenn er jetzt das 1 Wild gegeben hätte. Dann hätte es ja auch mal richtig geknallt. Ja, dann ist das, was einen dann wieder ein bisschen... ...ankackt. Aber gut. Wieder mal 7. Das sind ja Multis, wo wir mit arbeiten können. 1,9. Was ist denn mit dem los hier? Ja, das ist natürlich ein Abkacker, ey. Das ist natürlich ekelhaft. Jetzt kriegen wir bestimmt mal 2, weil er jetzt 2 mal Hohel gegeben hat. Ja, war ja klar. Ja, mies, ey. Das waren jetzt 2 Riesenchancen. Vielleicht wird was passieren müssen. Wir bilden jetzt ein Abkacker. Genau. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war natürlich direkt wieder Sachschaden Komm, jetzt brauchen wir mal eine gute Runde hier Mal zwei ist immer so eine Story, keine Ahnung Mal zwei habe ich immer wenig, bis ja keine Hoffnung, wenn ich ehrlich bin Was sollen denn da auch kommen, sind wir doch mal ehrlich Das war natürlich Gucken wir mal, wie weit der aufbaut hier. Das sieht immer interessant aus jetzt. Jetzt noch zwei Wilds, ey komm. Gönn die doch mal einmal im Leben. Lass mal laufen hier auf, ganz entspannt. Geil, korrekt. Ja, auch gut. Das sieht sehr gut aus hier Leute. Echt. Das sieht echt nach einer guten Flatsche aus. 4,76 Knaller. Zieh doch mal durch die Weide oder sind sie? Komm, stopp mal rein. Alleine wieder. Komm, die zwei Wilds und hat mir der Brille. Guckt euch das an, ey. Schade, ey. Was eine Bombe. Echt. 1922 Piepen, Leute. Auf 50 Cent. Stellt euch mal vor, die zwei Wilds wären noch gekommen. Ey, leck mich einmal. Ja, das war jetzt echt schöne Weihnachtsgeschenke hier. Ja, mal vier. Noch mal so ein Ding hinterher. Ja, das wäre natürlich der Knaller. Echt, der fast zwei Mille auf 50 Cent. Der muss ja mal weg tun. Manchmal kommt mir das schon so vor. Klar kriege ich auch öfters mal eine auf die Fresse hier. Aber andersrum. Wenn ich mir überlege. Diese 1.500, 2.000, 18.000, 17.000, was weiß ich. Als wenn das hier immer so bei dem Spiel mit 50 Cent teilweise so Standardgewinne wären. Ey, überleg mal wie lange. Musst du da drauf warten, bis du das mal in der Spiegel triffst oder was? Das triffst du einmal in drei Jahren. Und dann hast du nur noch Scheiße. Und hier triffst du das, weiß ich nicht, alle Jubeltage mal. Das ist echt heftig. Ja, das war dann mal wieder. Super. Aber das ist ja meistens so. Eine gute Runde und dann kommt direkt wieder eine Scheißrunde hinterher. Aber ja, gut. Sehr gut mal 5. Macht immer ein bisschen Hoffnung. Okay. 80 Euro. Das tut ja schon mal. Das tut ja schon mal. Das tut ja schon mal. Oder was? Ey, das ist was ganz anderes. Und die Chancen sind auch ganz anders als hier mit Spielerlo. Oder was? Ihr seht es doch selber. Das ist doch ein ganz anderes Feeling. Schade, dass der jetzt nach hinten muss. Aber der lässt wenigstens noch mal eine Hoffnung offen. Vielleicht jetzt noch eine Stufe weiter zu kommen. Komm, gönn die zwei Dinger. Das war ja wieder klar. Ey, Mann. Komm. Yes, sauber. Das war gut, ey. Das war geil jetzt. Jetzt haben wir jetzt ein paar Weiberhunde irgendwas. Schmutzsymbole, aber okay. Schade, schade, schade. Leider nur Schmutzsymbole, aber ja gut. Für umsonst. Dafür, dass das Auto nochmal zurückgekommen ist. Es war ja eigentlich gratis. Die zwei Drehs dann. Schade, schade, schade. Das war Potenzial jetzt. Ja. Wieder mit My5. Also, multitechnisch ist der gut unterwegs hier. Gut. Sehr gut. Gut. Oh, auch gut. Oh Oh Ja sehr schön sehr gut, echt die letzten Runden alle plus gemacht stark stark ja gut Leute, damit machen wir den Part auch zu also wir haben jetzt hier in den 15 Minuten, wo wir jetzt hier gedreht haben und gespielt 2000 Euro plus gemacht besser geht es nicht deswegen Leute sage ich nochmal zum Ende checkt die WhatsApp Gruppe ab kommt da rein versucht mal euer Glück online ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Glück Leute auch Reimann hier